Hallihallo meine lieben blauen Freunde! Willkommen im Schlumpfland auf dem besten Kanal von Weezo! Weezo! Hier, diesen Kanal, das ist der richtige, dem könnt ihr folgen, das ist sozusagen der offizielle. Hier, Schlumpf ist auch cool drauf, mit dem bin ich cool sozusagen. Ich finde, man muss Fremdgehen gar nicht definieren, wenn man sich verletzt fühlt, durch was der Partner gemacht hat und dann fühlt man sich dadurch verletzt. Da muss man auch gar nicht sagen, das so einkategorisieren, war das jetzt Fremdgehen oder nicht. Wenn man selber für sich merkt, das tut mir weh, dann kann man es entweder ansprechen und wenn es einem so sehr weh tat, dass man sagt, ich kann da keine Beziehung mehr führen, dann ist es eigentlich irrelevant, ob es Fremdgehen oder nicht, dann ist es halt ein Dealbreaker. Aber sonst würde ich sagen, ja nee, ich weiß es nicht. Ich fände es nicht cool, wenn mein Vater sich heimlich mit anderen Frauen zu Dates trifft. Ich fände es auch nicht cool, wenn mein Vater andere Frauen küsst oder andere Männer küsst. Das ist so weise, was du wieder gesagt hast, dass es nicht auf die Definition sozusagen ankommt, dass man sagt, Fremdgehen ist exakt dieses Verhalten, sondern dass es sozusagen auf die Implikation des Verhältnisses zwischen Menschen ankommt. Also wenn mir eine Person nicht erzählen würde, dass sie mit anderen Leuten auch ins Kino geht, dann würde ich mich fragen, warum verheimlichst du vor mir, dass du mit anderen Leuten ins Kino gehst? Also es kommt da ja weniger auf die Sache an, sondern mehr auf dieses klare Verhältnis von, du weißt, dass ich nicht möchte, dass du das tust und du machst es deswegen hinter meinem Rücken und verheimlichst mir was, das ist halt nicht okay. Ja, deswegen, ich würde es auch immer so definieren, wie das halt in der Beziehung, in der jeweiligen Beziehung abgesprochen ist. Also Fremdgehen in der einen Beziehung ist für mich was anderes als Fremdgehen in einer anderen Beziehung. Wenn in der einen Beziehung klar ist, hey, ich möchte nicht, dass du mit anderen Leuten schläfst, aber wenn du auf einer Party mit anderen ein bisschen rumknutschst, ist das für mich fein, dann ist halt das Rumknutsch noch kein Fremdgehen, weil das ist halt okay. Also es kommt halt immer darauf an, wie ist das Regelset, was ihr miteinander ausgemacht habt. Letztlich ist Fremdgehen, finde ich, austauschbar mit dem Wort hintergehen. Unehrlich sein gegen... Finde ich auch. Ja. Ich hatte auch mal was mit einer, wo ich wusste, dass sie eine Partnerschaft hat. Da denke ich auch, rückblickend hätte ich eigentlich nicht machen sollen. So bin ich eigentlich auch ein Arsch, das getan zu haben so. Ich habe mir damals halt so ein bisschen eingeredet, ja, es ist ja ihre Verantwortung, wenn sie entscheidet. Aber letztlich ist es einfach uncool. Also wenn es in meinem Freundeskreis wäre und ich mit beiden Leuten befreundet wäre, dann würde ich sagen, entweder sagst du's oder in den nächsten fünf bis sieben Tagen ich sag's. Weil das wäre für mich ganz schrecklich. Aber ich frage immer, bis zu welchem Grad macht man sowas? Denn zum Beispiel habe ich vor ein paar Tagen eine DM bekommen von jemandem, der da geschrieben hat, er ist verliebt, bla bla bla, alles, dies, das. Und dann bin ich auch aufs Profil gegangen und der hat dann auch eine Freundin gehabt. Und dann frage ich mich immer, wie gehe ich mit sowas um? Schreibe ich dann der Freundin? Halte ich mich da raus? Was machst du in so einem Moment? Weil ich persönlich hätte wissen wollen, wenn mein Freund irgendwelchen anderen Leuten schreibt, ich liebe dich, bla 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 bla. Ja, definitiv. Ich hab mich in dich, du bist so sympathisch, bla 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 bla. Aber es ist eigentlich auch echt nicht, my cup of tea da einzugreifen, weißt du? Ja, ich verstehe den Punkt. Da muss ich jetzt direkt dran denken. Ich verstehe den Punkt, es kommt halt wirklich darauf an, wie nah man den Menschen steht und wie sehr man auch selber einschätzen kann. Ob das überhaupt, ne, wenn es auch nichts Ernstes ist oder keiner, es ist schwierig, ich manchmal von außen, ohne die Informationen über die Beziehung überhaupt was abzuschätzen. Ja. Aber du hast recht, wenn es Freunde wären, wenn man die Beziehung kennt, dann würde ich auch sehr, sehr klar sagen, Bro, du sagst das oder Sis, du sagst das oder ich werd's sagen so. Also ich mein, es gibt ja auch die Alternative, dass man sagt, okay, und ich glaube, wenn man älter wird, entwickelt man auch so eine leichte, also eine relativ starke Entspanntheit und wenn du jemanden wirklich über, sagen wir mal, 10, 20 Jahre liebst. Und also das ist ja eine Spanne, die man sich sozusagen in unserem Alltag kaum vorstellen kann so. Ja, safe. Irgendwie 20 Jahre lang mit jemandem Paar zu sein. Aber ich glaube halt, wenn du 20 Jahre lang mit jemandem Paar bist und es da irgendetwas gibt, was die Person total nice findet, mal auszuprobieren und du das nicht feierst, dann würdest du wahrscheinlich auch, glaube ich, an den Punkt kommen, dass du sagst, ja, dann lebt das halt mal punktuell mit wem anders aus und dann kommst du halt wieder. Meinst du? Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass alle Leute so. Ich glaube nicht, dass alle Leute so. Ohne Scheiß. Ich glaube… Ich finde das Konzept sehr interessant, aber ich… Ich glaube, dass die meisten Leute, dass die meisten, meisten, meisten Paare spätestens, wenn sie 10 Jahre zusammen sind oder so, fremdgehen. Ich glaube, also die aller, 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 aller am meisten. Das ist mein Bauchgefühl. Da redet man nicht drüber. Es gibt ja nicht eine Statistik, weil das sagt man ja nicht. Aber ich bin mir so in meinem Bauchgefühl sicher, dass fast alle Menschen in einer dauerhaften Beziehung fremdgehen. So mein Bauchgefühl. Krass. Weil ich einfach super viele Leute kenne, die jetzt seit ein paar Jahren, sechs, sieben, acht Jahren einen Partner haben oder eine Partnerin haben und der befremdgehen. Ohne Scheiß. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich bin halt eine Person, bevor ich fremdgehe, mache ich… oder bevor ich auf die Gedanken komme, mache ich Schluss mit der Person. Ich meine, ich muss auch dazu sagen, ich hatte noch nie eine Beziehung, die über vier Jahre oder über dreieinhalb Jahre ging. Also meine längste Beziehung ging so drei, dreieinhalb. Das war jetzt auch keine Zeit, wo man sagt, da, ja, aber nee, das glaube ich eigentlich nicht. Also ich verstehe, dass man eventuell ab einem bestimmten Punkt sagt, okay, wir sind jetzt so lange zusammen. Ich vermisse so ein bisschen dieses neue Leute kennenlernen oder irgend sowas. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das dann, dass das dann immer sowas zu Fremdgehen führen muss. Ich verstehe, was du meinst. Aber um jetzt wieder auf die Frage zu kommen, was würden wir tun, wenn wir sexuell unzufrieden sind? Wir haben eine Partnerschaft, wir mögen den Menschen sehr. Das ist auch schwer. Das Problem ist halt, ich würde sagen, Sexualität ist so ein, so ein Basic Point in einer Beziehung, weil das ja eine Sache ist, die du, die du ja im Regelfall oder immer null auslebst mit diesen Menschen, dass es dann eine Sache ist, die, die schon sehr basismäßig ist. Also das ist so wie, wenn da stehen würde, ihr könnt nicht miteinander reden. Du liebst den Menschen sehr, aber ich kann mich halt nicht mit dem unterhalten. Ja, aber das ist doch eine Basissache so. Also, was man halt tryen kann, ist vielleicht eine Sexualtherapie zu machen. Ich habe noch nie eine Sexualtherapie gemacht, aber ich stelle mir vor, dass das wie eine Therapie halt eine Sache ist, die halt mega helfen kann so für beide. Ja, ich wollte auch, also muss man halt prinzipiell sagen, warum ist man denn sexuell unzufrieden? Weil man die andere Person nicht sexuell attraktiv findet, weil es einfach sexuell nicht passt, weil man auf unterschiedliche Dinge steht, also wo liegt das Problem? Weil ich finde oftmals ist so das Ding, dass man zum Beispiel, man hat einen Kumpel oder eine Freundin oder so, man kommt mega gut mit einem in der Klammer, man mag sich richtig, richtig, richtig gerne. Aber meine Weisheit dazu ist, nicht immer, wenn man einen Mensch äußerlich attraktiv findet und den Menschen sympathisch findet, ist es für eine Beziehung ausgelegt. Manchmal können Leute auch einfach nur Freunde bleiben. Ja. Und wenn man halt sagt, okay, sexuell passt es zwischen uns einfach nicht, dann ist es vielleicht auch einfach nichts, was für eine Beziehung ausgelegt ist, sondern wenn man sagt, okay, wir verstehen uns ultra gut und wir können uns eine gemeinsame Zukunft vorstellen, warum nicht einfach eine gemeinsame, lange, nice Freundschaft? Nee, ich hatte auch keine Freundschaft Plus und ich weiß nicht, was das für mich spricht, glaube ich, nichts dagegen. Ich hatte schon Sachen, die so ähnlich waren, die dann aber immer in so eine Beziehung reingerutscht sind oder irgendwas wenigstens ein bisschen festeres oder ein bisschen mehr Richtung Dating, weil ich mich immer frage, was ist der Unterschied zwischen Freundschaft Plus und Dating? Aber dann kommt es wiederum, dass ich weiß, dass mein Dating einfach überdurchschnittlich langes Dating ist, weil ich meistens Probleme habe, dieses Label Beziehung auf Sachen dann direkt zu packen, weißt du? Ah, ich verstehe. Da kommt mir irgendwie mega schwer mit. Ich verstehe. Wenn Leute dann sagen, was sind wir eigentlich? Ja, wir daten. Ja, so seit sechs Monaten. Ja. Und das ist schwierig, aber ja. Ich bin gar nicht der Typ fürs Dating. Hab ich ja gesagt, in der einen Geschichte, wo du so Fragen und dann musstest du so zuordnen. Ich würde entweder sagen, ja, wir treffen uns halt fürs Sex oder du bist die Frau meiner Träume und ich will bis zum Ende meines Lebens mit dir zusammen. Das sind die beiden Pole, die ich kenne. Das sind die beiden States, die ich kenne. Und dazwischen, ich kenne dieses, also für mich kommt dieses, ja, wir daten. So, ja, was ist das denn jetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Schwierig. Schwierig. Entweder eine Beziehung. Für mich ist tatsächlich daten, ja, für mich ist daten auch immer was Exklusives. Also ich date auch nicht mehr, wenn ich jemand date, dann date ich auch nicht mehrere Leute. Das ist für mich schon eine exklusive Sache. Es ist halt nur nicht dieses Label Beziehung drauf, weil, ja, ich das manchmal schwierig finde. Ich weiß nicht, vielleicht sind es vielleicht langsam daran, dass es nie die Personen waren, wo ich halt wusste, dass es für mich so Beziehung, Beziehung ist, weißt du? Mhm. Aber ich trotzdem das cool fand und trotzdem gerne die Leute gedatet habe. Aber bist du, also das heißt, du hast schon, aber liegt das an einer grundsätzlichen Bindungsangst oder woran liegt das, dass du, dass du so Schwierigkeiten hast zu sagen? Hört sich, glaube ich, oberflächlich so an, aber ich glaube nicht, dass ich Bindungsängste habe, weil wenn ich jetzt eine Person treffe, von der ich wirklich 100 Prozent, meistens war bei meinem Dating, was mich was gestört hat, was mich daran gehindert hat, mit der Person zusammen zu sein. Wie? Was gestört? Also, irgendeine Eigenschaft? Zum Beispiel, ja, irgendeine Eigenschaft oder irgendwas Charakterliches, wo ich gesagt habe, so, nee, da kann ich nicht zusammen sein. Ach so, sozusagen, so 90 Prozent bist du da, aber noch nicht 100 Prozent. Genau, genau. Weil, wenn ich so mit der Person zusammen bin, dann bin ich auch so, ja, später heiraten wir auch, weißt du, später alles so, wir sind so richtig so. Und das habe ich super selten bei Menschen, also so richtig, richtig, richtig selten bei Menschen. Und dementsprechend, ich glaube, das ist vielleicht dann vergleichbar mit Freundschaft Plus, aber es ist halt trotzdem noch, es ist exklusiv und es, ich kaufe Blumen und ich bin dann schon, weißt du? Sweet. Intuit. Ja. Du kaufst Blumen, das ist sweet. Ich bin gerne noch mal ein dicker. Das ist sehr, sehr sweet. Ja, ich verstehe. Schwierig. Kabel. Ok. Jetzt ist es electoral.